Das kommende Album von Santiano trägt den Titel Die Sehnsucht ist mein Steuermann, das beste aus zehn Jahren. Das Album erscheint voraussichtlich am 7. Oktober über das Label We Love Music. Alle weiteren Informationen zu diesem Release, die Vorbestellungslinks und die Tracklist findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.